Ach ja, Hallöchen an die YouTube-Zuschauer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Versuch Nummer 3. Diese zwei Frösche zu finden, die ihr hier neben mir sehen könnt. Einmal Wazi oder Tano. Übrigens, falls ihr euch fragt, was hier eigentlich los ist. Ich habe einen grünen Hut auf. Einen grünen Froschhut. Ungefähr so ähnlich wie den, den ich hier im Spiel wirklich aufhabe. Aber da ich einen Greenscreen habe, sieht man den nicht. Der ist blöd gelaufen, ne? Aber trotzdem, es sieht irgendwie cool aus und er ist ein Glücksbringer. Ein Glücksbringer, dass wir hoffentlich heute einen von beiden finden werden. Drückt mir die Daumen. Schön, dass ihr dabei seid. So. 170, ne? Das ist schon eine Ansage. Aber Kingu, danke dir für 100 Bills. Gut Lang. Dankeschön. Ich habe gerade 100 Kleeblätter bekommen. Das muss ja Glück bringen, oder? Wie lange suchst du die zwei schon? Seit 170 Tickets. Seit 170 Tickets. Jetzt sind es 171. So. Es geht los. Auf geht's. Erste Insel für heute. Erste Insel für heute. Wir werden wieder Flaschenpost immer suchen gehen. Also, das ist schon gut, wenn man das macht. Dein Hut ist ja cool. Danke dir, Laurican. Hallo. Hoffentlich kein Zeichen für 100 Tickets. Stimmt. Wir hoffen das Beste. Go, Bodo. Wer nicht? Ja, ja. Hi, Vivi. Hi, Noah. Sabrina, danke dir für dein Follow. Hallo. Okay, erste Insel ist eine Popofrucht-Insel. Und wir haben... Ich schätze, das ist gleich mal eine Kuh, oder? Doch, sie ja gleich mal eine Kuh. Das muss doch... Okay, nee, ist ein Vogel. Julian, oder? Jule. Fast. Ah, okay. Ja, ich hätte dich nicht ansprechen sollen. Gut. So, Flaschenpost Jagd. Da ist schon die erste. Den ersten Stein nehme ich auch mal mit. Ich nehme die Steine übrigens immer mit, weil ich Gartensteine draus basteln möchte. So, das erste Ticket war leider nichts, Leute. Aber ich habe mir auch nichts anderes gedacht. Ich suche die beiden immer noch, ja. Ja, ich suche die beiden immer noch. Aber es ist erst Versuch Nummer drei. Es ist erst der dritte Stream, in dem ich die suche. Also, es klingt jetzt so, als würde ich die schon ein Jahr suchen. Aber es ist erst das dritte Mal, dass ich das versuche. So krass viel ist das jetzt noch nicht. Ich meine, ich habe noch nie so lange gesucht, aber ich kenne da andere Streamer, die da wirklich Monate mit verbracht haben, einen Bewohner zu versuchen. Und dann haben die geheult, als sie sie gefunden haben. Mal gucken, ob ich heulen werde. Essen Vögel nicht frösche? Vielleicht verstecken die sich deswegen so gut. Maybe. Maybe. Wie hast du so schnell so viele Meilen-Tickets bekommen? Ich habe eine wunderbare Community, die mir die schenkt. Kannst du nicht Emotionen anwenden bei Dodo? Klar, könnte ich mal mal versuchen. Könnte ich wirklich mal versuchen. Jenny, danke dir für dein Teamherz. Okay. Insel Nummer 2 ist es ein Löwe. Ew. Nein. Nein, den wollen wir nicht. Nein. Da fliegen wir wieder heim. Den wollen wir nicht. Anna-Triana, Hallöchen. Danke für dein Raid. Herzlich willkommen. Hi. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Was habt ihr denn schon gemacht? Wir sind hier verdammt. Ah, ihr habt auch in dem Bekurs hingespielt. Wir sind hier verdammt zu einer Bewohnersuche. Wir stürmen von der Weide und rollen hier herein. Mit ganz lieben Grüßen. Süß. Süß. Hi. Süß. Flauschiges Jette. Flauschiges Jette. Danke dir für dein Follow. Also, wir sind verdammt. Wir sind jetzt beim dritten Stream, in dem wir diese zwei lieben Frösche hier neben mir suchen. Und falls ihr euch gefragt habt, ich habe einen Froschhut auf. Der Greetscreen macht ihn nur unsichtbar, weil er grün ist. Er hat dieselbe Farbe wie mein Kostüm im Game. Und ja, wir wollen Wazi oder Tano für unsere Sumpfinsel finden, die wir gerade bauen. Mehr kann ich nicht sagen. 172 Tickets später haben wir noch niemanden gefunden. Hallo Sophie. Guten Abend. Macht es euch gemütlich oder macht euch noch einen gemütlichen Abend. Vielen, vielen Dank fürs Mitraiden. Danke, Leute. Ich habe an meiner Halloween-Insel langsam weitergebasst und spontan ein Stündchen Bewohner gesucht. Leider unerfolgt. Ein Stündchen ist ja doch nicht viel. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden jetzt schon in der Suche stecken, aber 10 sind es bestimmt. Ich hatte bis jetzt auch nie Erfolg. Aber vielleicht seid ihr meine Glücksbringer. Hier sehe ich gerade noch niemanden. Wir sind geradet? Ja. Okay, nee. Was ist denn das für eine Katze? Die habe ich ja noch nie gesehen. Hör, dreh dich mal um. Das Gesicht ist ja gruselig. Dreh dich mal um. Was ist denn da los? Libby, danke dir. Libby, danke dir für deine Geschenke, für dein Brett und dein luftiges Herz. Und Rita, danke dir für deine Geschenke. Vielen, vielen Dank, Rita. Es werden immer mehr. Hilfe. Hilfe. Das ist eine Psycho-Gazza, so ein bisschen. Pikachu, Zita ist das. Zita ist, ja. Aber die habe ich noch nie gesehen, glaube ich. So, wo ist die Flaschenpost? Gibt es hier überhaupt eine? Nee. Zita. Mehr Zeit hatte ich heute leider nicht nach der Frühschicht und jetzt noch essen gehen. Oh, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Bestell dir was Leckeres. Schönen Abend dir noch und danke dir für dein Rate. Magst du Frösche? Ja, die sind süß. Rita, danke dir. Vielen, vielen Dank. Wart, sie ist erst auf meine Insel gezogen. Liebe ihn. Er ist halt so ein Grumpy-Frosch, ne? Der hat schon einen richtig coolen Vibe. Aber ich will ihn auch. Tolle Hallöchen und danke dir. Mist, jetzt ist meine Stream-Serie weg, weil ich es nicht früher reingeschafft habe. Das stimmt nicht. Das müsste trotzdem funktionieren, Sophie. Du musst nur im Stream sein. Außer du warst am Sonntag nicht bei beiden da. Ich habe Sonntag ja zweimal gestreamt. Oh, danke dir noch für deinen Lurk-Support und dir einen wunderschönen Abend und danke dir für deinen Raid. Ich finde, Wart, sie hat voll einen alten Charakter. Vielleicht ist er ja auch schon alt. Der Hut sieht unheimlich aus, aber ich mag ihn. Ja, er ist ja ein Froschhut. Ich habe auch einen Kopf. Ich habe auch einen Oberkopf. Ich müsste eigentlich den Greenscreen wegmachen. Aber das ist uncool, oder? Den Greenscreen... Den Greenscreen wegmachen ist uncool. Also ich könnte halt noch den Greenscreen wegmachen und dann sieht man den Hintergrund. Aber lieber Greenscreen, oder? Leute, was sagt ihr? Oder soll ich den heute weglassen, weil es nur eine Bewohnersuche ist? Ist ja nicht schlimm. Ihr dürft entscheiden. Lass es so, ist witzig. Lass denn einen Green hier oben? Ich war lange nicht mehr hier. Jetzt fange ich wieder bei eins an, obwohl ich bei sechs... Ja, sobald du einen Stream verpasst, ist die Serie weg. Das ist aber normal. Ja, Greenscreen. Mit Greenscreen. Okay, die meisten sind für mit. Lieber wie immer. Okay. Chat hat entschieden. Es sieht weiter unheimlich aus. Aber wir haben ja auch bald Halloween, also ist alles gut. Ich sehe aus wie ein Mensch ohne Oberkopf und ohne Hirn. Passt ja auch ein bisschen. So, wen haben wir hier? Wen haben wir hier? Ist es ein Frosch? Ist es kein Frosch? Wo ist er denn? Hä? Oh! Es ist ein Stier. Es ist ein blauer Stier. Es ist ein Stier, den wir nicht wollen. Nein, nein. Herr Mamoni, wie soll ich denn das jetzt verstehen? War das jetzt eine Beleidigung? Elf Stunden suche ich bis jetzt. Okay. Marius mag ich nicht. Ne, ich mag die großen Bewohner generell nicht. Das ist irgendwie nicht mein Terror. Ne, ich suche Janett nicht. Ich suche wirklich nur die zwei Frösche, die neben mir sitzen. Also wirklich nur Wazi und Tano. Ich bin sonst voll. Meine Bewohner sind komplett ansonsten. Also ich kann euch mal kurz meine Bewohner zeigen, die ich schon habe. Und ich baue ja eine Sumpfinsel, deswegen ja auch Frösche. Also meine Sumpfinsel hat Frösche und Enten als Bewohner. und ich habe schon Olivia, Bill, Monika, Liliane, Quentin, Markus muss noch ausziehen, Schack, Freddy und Quax. Und ein freies Grundstück für entweder Wazi oder Tano und statt Markus kommt dann derjenige, den wir dann noch finden von den Zweien. Genau. Und dann sind meine Bewohner komplett, die passen alle gut auf eine Sumpfinsel. War keine Beleidigung. Ich will es offen. Grüß, Hallöchen. Hi. Wir haben zehn Bewohner, genau, ja. Suche immer noch Monika. Hallo, ich steuze Österreich-Holm. Oha, genau wieder zufällig auf deinen Stream gekommen. Hallo, Sinuschka. Na, Sin, doch, Sinuschka. Richtig ausgesprochen. Yay. Sumpfinsel, irgendwo hatten wir das schon. Keine Ahnung wo. Oh, doch. Eine Streamerin, glaube ich, hat gerade erst eine Sumpfinsel-Challenge gemacht. Aber das war, nachdem ich meine Sumpfinsel angefangen habe und sie hat mich auch extra gefragt, ob sie das mit der Sumpfinsel machen darf. Das war süß. Ja. Wolltest du dich, Udo, etwas bezirzen? Ach, Bettina. Nee, Boris. Ja, wollte ich. Also, bezirzen habe ich jetzt eigentlich nie gesagt. Ich habe nur mit Emotionen etwas machen gesagt. Also, bezirzen war, habe ich, nee, das war nicht meine Wortwahl. Hat Red Fox diese Challenge gemacht? Ich weiß es ganz ehrlich nicht mal, Leute. Genau sie meinte ich, Udo. Genau, ja. Also, da gab es irgendjemanden. Vielleicht Red Fox. Ich will es aber jetzt nicht festlangen, weil ich es wirklich nicht weiß. Emotionieren. Emotionalisieren? Ich weiß es nicht. So, wir probieren mal was, okay? Wo geht das nochmal? Hier. Ich denke mal nach. Okay, das macht ihn traurig. Also, so quasi, hm, Bodo, wann, wann endlich? Und dann machen wir ein Schmunzeln. Gott. Und dann gibt es irgendwie so ein Bitte, Bitte. Ich habe halt hier noch nicht so viel, ne? Weil ich ich könnte Enttäuschung. Okay. Bodo, ich bin enttäuscht. Vielleicht hätte das was geholfen. Probieren wir mal das, ansonsten muss ich wirklich noch zum Bezerzen übergehen, nicht passen. Wenn ich auf so eine Insel fliege, ist da nie jemand. Ja, Mali, du musst auch ein freies Grundstück haben, sonst wird da auch nie jemand auftauchen. Du brauchst ein freies Grundstück, das nicht verkauft ist. Dafür muss entweder jemand ausziehen, oder du hast noch von Anfang vom Spiel noch freie Grundstücke da, die du aufstellen kannst. War bei der Challenge dabei. Aha. Emotionieren als Witz. Das Wort existiert auf keinen Fall. seit jedes Jahr. Dachte ich mir schon. Leute, wie oft habe ich denn mich weitergedrückt? Sind doch sicher schon bei 75. Welchen Frosch will ich zuerst? Ist mir voll egal. Ist mir voll egal. Es ist sogar 76, Leute. Und wir haben eine Ziege. Die hatten wir auch schon mal. Diese lila Ziege. Dieser Ziegenbock, glaube ich sogar. Oder? Ne, ist das Ziege. Oder? Ne, ist ein Ziegenbock. Ich weiß es doch nicht, wie man die auseinander kennt. Das ist auch keine Flaschenpost. Alles klärchen. Winden hast du Löhchen. Oder du musst ihm zuerst nach jeder Insel deine Enttäuschung mit einer Emotion zeigen, damit er jagt. Okay, dann machen wir das. Dann werde ich jetzt mal hier Enttäuschung reinpacken. Und während ihm das jedes Mal... Ach, warte mal. So. So. Okay, jetzt ist er auch traurig. Machen wir jedes Mal jetzt. So geht's. Der Bocci. Der Bocci, ja. Mops und Hallöchen. Und Sheldoria und Yannix, danke für eure Follows. Vielen, vielen Dank. Dodo Donga, danke für 65er Stream-Serie. Vielen, vielen Dank. Das ist krass. Ah, der Tee hat die perfekte Temperatur, ihn zu trinken. Mh, lecker. So, ich möchte fliegen. Ah, ich sollte ihm auch Enttäuschung zeigen, oder? Es ist zu spät. So, mein Ticket. Du kennst dich mit Gaming-PCs aus, oder? Irgendwer anders hier. Mh, Dr. Dodo definitiv. Ich gebe mein Bestes. Zum Ticken kenne ich mich auch aus. Aber stell dir eine Frage. So, 177, Leute. 177. Also, mein Name auf TikTok, Playful Dodo Noah, den habe ich überall. Also, das ist mein Gaming, mein Creator-Name, Playful Dodo. Den habe ich überall, auf allen Kanälen. Auf Instagram, auf Twitch, auf YouTube und auf TikTok. Auf Reds, auf, 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 wo ich auch sonst noch bin und nicht aktiv bin, aber egal. Äh, ich bin darauf gekommen, Playful heißt ja verspielt und ich zocke ja, also Playful war so ein Einfall von mir und Dodo, Dodo war, weil ich einfach Dodos sehr gerne mochte und irgendwie werden nie Dodos erwähnt und Dodos sind eigentlich voll coole Tiere, die zu Unrecht ausgerottet worden sind von einem Menschen und ich fand Dodos einfach cute. Ja. Ah. Da werden jetzt einige von euch traurig sein. Uiuiuiuiuiuiui. Keine Flaschenbrust? Nee. Schade. Coole Tasse. Die ist tatsächlich von Disneyland. Oh, nein, 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 falsche Emotionen! Nein! Traurig sind wir! Enttäuscht! Süße Erklärung eigentlich. Ja, es ist so zustande gekommen. Ich habe früher Pure Dodo geheißen. Ah, Pure habe ich dann aber irgendwann nicht mehr gefühlt. Keine Ahnung, also gefühlt schon. Das hatte ja auch eine Bedeutung, warum es Pure Dodo war, aber ich habe dann meinen Streaming-Account und meinen Cozy-YouTube-Account aufgemacht und dann wollte ich einfach irgendwie eine Veränderung und dann habe ich Playful Dodo. Und mich haben auch immer Leute gefragt, warum Pure Dodo? Playful Dodo ist irgendwie so ein bisschen noch selbsterklärend mit Playful und Games zocken. Pure war nicht selbsterklärend. Das musste ich so oft erklären in fast jedem Stream. Ja. Ich habe kurz gedacht, der halber Kopf fehlt. Ja, fehlt er auch. Nee, aber es ist ein Froschhut. Froschhut, der durch Greenscreen unsichtbar macht. 178. Okay. Ich muss mal kurz gucken, ob das eh richtig ist, dass ich richtig mitgezählt habe. Weil mit meinem halben Kopf lässt sich es nicht so gut denken. So, nee, es ist Fatima. Ich wollte fast Dina sagen, ne? Fast. Aber Fatima ist aussüß. Sorry, Leonie, dein Guest war leider nicht richtig. Aber es ist eine süße Bewohnerin. ein Cutie, ja. Ach, man kann nur eine Flaschen Post finden. Okay. Enttäuschung. Ja, enttäuscht. Bin enttäuscht. Ich merke wieder, ich kenne so wenige Bewohner. Das ist mir aber letztes Mal auch so vorgekommen. Heute habe ich alle fast gekannt, außer diesen Stier. Und nee, doch nicht. Diesen Stier nicht, dieses eine, diesen Rehbock nicht, dieses eine gruselige Ding nicht. Okay, ich kenne doch keinen. Oh, 179. Ich möchte pflegen. Wieso auch immer, finde ich, passt dieser Name auch irgendwie zu dir. Okay. Das fasse ich mal als Kompliment auf. Auch wenn Dodos nicht die schlauesten Leute waren. Also Leute. Vögel. Nee, aber doch, der ist schon so gewählt, dass der passt. Oh, Fatima. Ja, Fatima ist voll die Cutie, aber leider nicht für unsere Sumpfinsel. Leider, leider nein. Mal gucken, ob sie 179 wird. Ich halte mein 192 fest, gönne es dir aber auch früher. Auch Amelia, das ist süß. Ich sag 248. Kirschel, ich glaube 2001. Nee, also bis dahin werden wir nicht kommen. Bis dahin werden wir nicht kommen, weil da liege ich vorher weinend am Boden. So, wen haben wir hier, wen haben wir hier, wen haben wir hier? Es ist, nein, das sieht falsch aus. Was ist denn heute mit den, mit den Tigern? Wer ist denn das? Die hatte ich noch nie gefunden. Ich habe keinen Plan, wer das ist. Hat aber auch krasse Farben. Oh, Flaschenpost, sehr schön. Och, Kirschbecher! Ach du! Danke für dein Breit! Hallöchen! Andi Raider! Hi, schön, dass ihr mitgekommen seid. Vielen, vielen Dank! Bretter fangen an zu knirschen, es rollen an die Kirschen. Sehr schön! Hi Leute, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream mit dieser Dreamlight Valley. Sehr cool! Wie sieht das Spiel aus? Es wird ja immer, immer mehr. Es wird so groß, das Spiel schon, mit diesen ganzen Updates. Das ist schon krass. Das ist insane. Wir machen gerade eine Bewohnersuche, wir suchen die zwei hier, Wazi und Tano, also hier sehen die, hier sind die zwei und auf TikTok sind sie da und wir haben irgendwie kein Glück. Ihr seht schon, wir sind jetzt bei Ticket 180. Also nicht heute, heute haben wir erst zehn Tickets verflogen, aber wir sind jetzt schon den dritten Stream dabei zu suchen. Irgendwie klappt es nicht, irgendwie will es nicht. Und dich erwischtet abends mal schön live. Ich bin immer Mittwoch und Donnerstag live. Nee, stimmt, letzte Woche nicht. Danke dir. Vielen, vielen Dank für den Raid. Hat mich sehr gefreut. Freut mich doch immer sehr. Ich bin heute ganz durcheinander. Seid nicht verwirrt, ich habe einen Hut auf, der ist grün, deswegen dieser komische Kopf. Aber ihr seht noch die Froschaugen. Aber ich bin heute schon wieder richtig durch, obwohl es erst zehn Tickets waren. Ach, Alena, danke dir für deine sieben Monate. Vielen, vielen Dank für deinen Weser. Palöchen. Die sind Frösche, ja. Das sind zwei Fröschleins. Für meine Sumpfinseln sind die einfach so perfekt und deswegen möchte ich die haben. ja. Es war ein großer Tiger, Pikachu. Es war ein pink-lilaner Tiger. Bewunderung ist immer spannend. Ich drücke die Daumen, dass der Ende der Frösche bald kommt. Ja, ich hoffe. Ich hoffe so sehr. Ja, es sind jetzt 180 Tickets. Nee, Gorilla. Oh. Ui. Nee. Pink-lila Tiger ist Lily. Okay, Lily. Hallo, Ram. Hi. Ich schaue gerade in Coral Island Let's Play. Spiele seitdem selbst auch. Wie bist du total? Oh, schön, Ram. Hallöchen und herzlich willkommen. Hi. 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 Endlich erwische ich dich mal auf Twitch. Ich kenne dich durch YouTube und ich habe angefangen mit Hawkins Legacy. Vielen Dank dafür. Du bist wirklich sympathisch. Ach, Benni, danke dir. Vielen, vielen Dank. Ihr seid ja süß. Herzlich willkommen, Leute. Macht es euch gemütlich oder wenn ihr los müsst, auch kein Problem. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und danke auch an Monschi und Benni und Federklang und Svenny Penny für die Followers. Herzlich willkommen. So. Ich bin sehr enttäuscht von Udo und von Bodo. Die zwei. Ei, ei, ei. Ich muss auch meine Enttäuschung wieder ausdrücken. So. Bodo. Ja. So ist das halt. Mein Zettkirchbecher, lass es dir schmecken. Und danke, dass du noch zugucken möchtest. Vielen, vielen Dank. Danke für dein Rate. Mein Ticket. Schon 180, war bei 80 zuletzt dabei. Ja. Dieses traurige Emoji sagt alles. Sollte nicht Mittwoch. Ich bin immer Mittwoch und Donnerstagabends live. Ja. Heute ist Mittwoch. Avocado-Kerne. Danke dir für dein Follow. Hallo. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn es endlich wieder regnet und es wieder kühler wird. Dann kusche ich mich in meine Decke und shuttweilet. Ich mache das jetzt auch schon, auch wenn es heute wieder über 20 Grad gehabt hat. Aber ich kuschle in meiner Decke und gucke her der Ringe. Auch wenn man fast an Überhitzung drauf geht, aber egal. Ich fühle den Herbst schon so. So. 181 ist das jetzt, oder? Oh nein, das ist ein Vogel. Das ist schon wieder ein Vogel. Oh nein, jetzt habe ich zweimal gedrückt. Sorry. Wir gehen eh schon wieder, weil das ist ein Vogel. Den wollen wir nicht. Oh je, da ist eine lange Technikfrage im Chat. Aber Dr. Dodo kümmert sich, glaube ich. Datum und Uhrzeit, Hallöchen. Sag einfach, dass du ein Reh willst, dann gibt er dir ein Reh, kein Reh, sondern einen Frosch. Könnte was dran sein. Könnte wirklich was dran sein. Wie kann man dir auf der Nintendo Switch eine Anfrage schicken? Da brauchst du meinen Code. Und das Ding ist, ich werde die Anfrage eher weniger annehmen, weil ich schon so viele Anfragen auf der Switch habe, dass ich echt nur wenige Plätze mehr frei habe. Und deswegen muss man im Twitch-Chat eine Belohnung auslösen, damit ich die Anfrage annehme. Und das haben wir so eingeführt, weil es wirklich nur wenige, wenige Plätze noch sind. Und man kann ja nur eine begrenzte Zahl annehmen, leider. Bei der Switch 2 wird es dann wieder ein bisschen anders, natürlich. Aber gerade ist der sehr, sehr schwierig. Wie kann man am schnellsten mal einen Lieblingsbewohner bekommen? Indem du eine Amiibo-Karte von dem hast? Und wenn du das nicht hast, vielleicht hat jemand von deinen Freunden den und kann ihn dir aushändigen oder du machst eine Bewohnersuche. Aber das kann lang dauern. Wölkchen, danke dir für 26 Monate. Danke für deinen Besuch. Herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Hey, Paula. Ja, Timo und Pumper sollen bei Disney Dreamer Valley kommen. Das habe ich auch gehört. Oh. Immer diese süßen Bewohner, die man stehen lassen muss. Oder du gehst auf Treasure Islands. Stimmt, aber das muss halt jeder selber wissen. Ich würde es nicht tun. Ich bin auch nie auf einer Treasure Island gewesen. Ich mag das persönlich nicht. Gehackte Switches. Irgendwie so mein Ding. Aber wie gesagt, muss ja jeder selber wissen. Heute ist Kätzchentag scheinbar. Ja, heute haben wir echt schon einige Kätzchen gehabt. So. 182 stimmt jetzt wieder. Sehr gut. Wieso keine Treasure Islands? Ich mag das Prinzip von gehackten Switches nicht. Ich, das ist... In meinen Augen cheaten, es ist cheaten. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich in einem Game cheate, verliere ich so schnell den Spaß an dem Game. Und deswegen mag ich das nicht. Also ich habe damals zum Beispiel in Animal Crossing in Wild World damals angefangen zu cheaten. Und irgendwann habe ich dann... Also ganz, ganz schnell ging das, dass ich einfach die Lust dran verloren habe. Und jahrelang nicht mehr gespielt habe. Und auch in Sims zum Beispiel, sobald ich diesen Geldcheat anwende, verliere ich so schnell die Lust am Game, weil man eben nicht mehr diese Erfahrung gemacht, ich muss was machen dafür, dass ich was schaffe. Und dann ist man halt stolz drauf, sondern man kann alles gleich haben. Und ich mag das einfach selbst nicht und persönlich nicht. Und ich blicke jetzt so auf meine Gestaltungsinseln zurück. Hey, wir haben das gemeinsam mit der Community gemacht. Mit der... Also meine Community hat mir geholfen, bestimmte Objekte zu bringen, äh, zu bekommen und Gestaltungsitems. Und ich habe voll viel selber gecraftet und gekauft und bestellt im Nux-Laden und so. Und ich blicke jetzt auf meine Inseln ganz anders zurück, als ich es, denke ich mal, tun würde, wenn ich Treasure Islands verwendet hätte. Das hat nichts zur Sache. Jeder darf das gerne machen. Ich verstehe das vollkommen, weil es ist auch frustrierend, die ganze Zeit die Items selbst besorgen zu müssen. Aber, ja, ich persönlich, wie gesagt, mag es nicht. Das ist der Grund. Weil ich einfach meinen Spaß verliere und das finde ich traurig. Oh, Kerstin! Nee, nicht Kerstin! Nicht Kerstin, die andere. Äh, die andere einfach. Warum finde ich die auch so oft? Das ist so schlimm. Man kann ja in Anime Crossing White World cheaten. Ja, Geld auch cheaten. Da musst du nur, da kannst du mit den Zinsen cheaten. Du kannst Zinsen einzahlen in die Bank und dann kannst du spulen auf 2099 und dann hast du irgendwie so ein paar Millionen Sterne und dann hast du dein Geld ertsheatet. Das geht jetzt nicht mehr. Es gibt keine Zinsen mehr auf der Bank. Die andere, nicht Kerstin. Ich kann meine Karte zeigen jetzt. Das ist die Karte bis jetzt. Ein paar Bereiche fehlen noch. Aber das meiste ist eigentlich fertig. Hinterm Rathaus, hinten links fehlt es noch. Also hinten links hinterm Rathaus da fehlt es noch und hinten wo ihr dieses Wasser seht hinter dem Campingplatz da ist auch noch da fehlt es auch noch und ganz vorne links auch. Da wählt es auch noch. Hm, Katalogstüberer. Streamst du morgen? Ich habe es vor, ja. Im Streamingplan steht, ich bin live. Falls es anders kommen soll, sage ich es euch vorher noch. Aber eigentlich bin ich da. Ich habe zwar so ein bisschen das Gefühl, dass ich krank werde, aber wie gesagt, jetzt gerade sollte der Stream stattfinden. Deswegen sage ich noch nichts dazu, aber falls es anders kommen würde, werde ich euch morgen noch Bescheid geben. vielleicht hast du ja wieder eine Flaschenpost von einem von beiden, vielleicht ist ja eine Landkarte zu denen drin. Ey Leute, ja, wir haben ja am Sonntag eine Bewohner- Suche gemacht und dann habe ich die ganze Flaschenpost gesammelt und wir suchen Wazi oder Tano und dann habe ich die Flaschenpost aufgemacht und habe geguckt, ob einer von beiden geschrieben hat und Wazi hat tatsächlich geschrieben. Coole Tasse, danke schön, die ist von Disneyland. Die ist von Disneyland. Ich liebe die. Die haben wir auch gleich zweimal. Und das ist ein Froschruth, aber dank dem Greenscreen ist er unsichtbar. Hoffentlich dann keine Bewohner- Suche, weil wir die dann schon haben. Ja, gerade sieht es noch schlecht aus. Gerade sieht es noch sehr schlecht aus. Ich war mal auf einer Trash-Eisland und habe alles an Möbel geheult, was ging, aber danach war absolut die Luft raus, weil ich alles hatte. Seitdem hole ich mir nur noch Tickets für die Bewohner- Suche. Das verstehe ich tatsächlich. Also Tickets für die Bewohner- Suche. An die kommt man halt nicht so einfach. Das verstehe ich tatsächlich. Aber bei Möbeln ist das tatsächlich so. Wie ich mich gefreut habe, dass ich die DIYs und so selbst gefunden habe. Und teilweise jetzt fehlen mir noch DIYs, wo ich mir denke, ich werde sie sowieso finden. Jetzt mit den Flaschenposts versuche ich auch ein paar zu bekommen, die ich noch nicht habe. Aber keine Ahnung. Ist halt mein Ding. Wie lange ich noch live bin, noch eine Weile. Ich bin erst eine Stunde da, also das wird noch länger dauern. So, ich muss mal wieder meine Enttäuschung hier ausdrücken. Ist das jetzt 184 oder 185? Jetzt bin ich mir nicht sicher. Na komm, ich habe doch gedrückt. Jetzt. Lennst du eigentlich die Lives auch auf YouTube hoch? Ja, auf meinem Kanal StreamingDodo. Das ist ein extra Kanal, wo meine Livestream-Gameplay-Videos hochgeladen werden. Das ist mein Zweitkanal sozusagen auf YouTube. Und da kommen die. Ist auch gestern erst wieder ein Stream online gegangen. Also ich hole jetzt langsam auf. Ich habe ja seit der Gamescom-Insel nichts mehr hochgeladen. Da kommen jetzt die ganzen Dodomore-Videos wieder. So, wen haben wir hier? Ein Löwen. Schon wieder. Das ist 185, Leute. 185. Zu den 200 ist es wirklich nicht mehr weit. Uiuiuiui. Why? Warum TikTok? Sorry für den Sound, falls ihr das gehört habt. TikTok live will das... TikTok will das live beenden. Ich hoffe an die TikTok-Zuschauer, dass ihr jetzt nicht rausgeschmissen werdet. Aber manchmal spack TikTok einfach rum. Das war aber jetzt ewig nicht mehr. Zählst du von Amiibo-Karten? Ich habe selber einige. Aber die sind viel zu überteuert gerade. Ich habe seit Jahren keine mehr gekauft, weil ich die viel zu teuer finde. Durch den Animal Crossing-Hype haben die enorme Preise angenommen und die haben sich bis jetzt nicht erholt. Und ich finde das absolut nicht in Ordnung. Außer die Sandrio-Karten, die sind immer beim Preis geblieben. Also die kann man sich gerne holen. Da bekommt man auch coole Items, wenn man die anwendet. Vielleicht sollten wir die beiden noch mal zur Fortbildung anmelden. Wie finde ich, die richtigen Meilen sind für Dodo. Hat nur kurz gehängt, also alles gut. Okay, ich hoffe, das bleibt so. Lilly, danke dir für dein Teamherz. Danke. Wo bekommt man die Karten für Animal Crossing? Die sollte man bei Mediamarkt oder bei Amazon bekommen. Ich glaube, in Deutschland gibt es auch noch Saturn, da bekommt man die auch. Bei uns in Österreich gibt es kein Saturn mehr. Saturn und Mediamarkt haben sich verschmolzen bei uns. Aber ich glaube, in Deutschland ja auch schon langsam, oder? Ich glaube, die hören da auch auf. So, Insel Nummer 186. Und es ist ein Oktopus. Marianne, schon wieder Marianne, ey. Marianne. Was los, Marianne? Warum immer du? Übrigens, bei Insel 200 mache ich die Flaschenposts alle auf. Ich warte so ein bisschen zusammen, bis ich ein paar habe. Dann mache ich die alle auf. Das zweite Mal kam das jetzt von mir von TikTok längerer Pause. Hä? Was meinst du? Bin gerade von Arbeit nach Hause gekommen und freue mich jetzt sehr auf dein Live. Oh, endlich, ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Bin gerade auf der Suche und habe erst zum vierten oder fünften Mal diesen Metall-Oktopus. Der verfolgt einer, oder? Tentatron. Was ist deine Meilengrenze? Ich weiß es noch gar nicht. Ich weiß es noch gar nicht. Meine Meilengrenze ist, wenn ich weinend am Boden liege. Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt ja auch keinen GameStop hier mehr. In Österreich? Ich habe keinen in meiner Nähe, glaube ich. Ich war aber auch noch nie bei meinem GameStop. Ach, probierst du dir gute Besserung und mach dir nichts draus. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und guck, dass es dir bald besser geht. Alles, alles Gute. Aber brauche ich dich nicht entschuldigen. Oh nee, das ist der Slytherin. Der Slytherin-Schüler ist das. Der Malfoy. Das ist Malfoy. Eww. Also nicht Eww, aber unangenehm. Hast du dir das Begleitbuch gekauft? Nee. Ich habe meinen eigenen Guide auf YouTube gemacht. Ich bin das Begleitbuch umgangen und habe meinen eigenen Guide gedreht. Anfängerguide für Anime Crossing. Wie wäre es eigentlich mit deiner Unterwasserweltinsel? Ist mir eingefallen wegen Octopus. Wäre schon auch cool, ja. Ja. Muss mal wieder meine Enttäuschung zeigen. Wir haben noch immer nicht die richtige Insel. Wollte ich nur sagen, Bodo. Nur damit du Bescheid weißt. Nein. Ist mal falsch. So, mal gucken, wie viele Tickets? Ah ja, stimmt. Bin noch richtig. Ich spüre einen Frosch kommen in den nächsten Partikets. Lexi, 189? Mein Hut ist nicht da. Nee, der Greenscreen löscht den einfach. Nur die Augen seht ihr und den Mund. Man sieht ein bisschen, dass es ein Frosch sein soll. Ich habe es gekauft. Das kostet 50 Euro, ganz schön teuer. Das ist wirklich teuer. Wie kommt man auf Treasure Islands? Da gibt es einige TikTok Lives, ah, TikTok Lives, Twitch Live Streams, aber bitte pass auf, weil einige verlangen, dass du da ein bezahltes Abo abgibst und tu das nicht. Zahl nicht Geld für das. Das zahlt es nicht aus. Also wirklich nicht. Also pass da ein bisschen auf. Ach, weil wir Boris schon hatten, kommt jetzt Bettina? Wirklich? Ja, dann ciao. Ja, Enttäuschung. Das ist pure Enttäuschung. Ich bleib bei 200. Obwohl, soweit ist es jetzt wirklich nicht mehr bei 200. Ich würd mich ja schon freuen. Ich würd mich ja schon freuen, wenn wir bei 200 endlich den Frosch finden. Lohnt sich das Buch? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es leider auch nicht. Oh, ein Muskelfaserriss. Ich wünsche dir alles Gute. Ach nein. Ach, sowas Dummes. Oh je. Gute Besserung. Mein Tee ist auch schon leer. Frechheit. Frechheit, Bodo. Wie viele halbe Liter Tees muss ich mir noch machen heute? Nee, dann muss ich 50.000 Mal aufs Klo rennen. Auch nicht gut. Wie lange bist du heute live? Bitte hört das auf zu fragen. Ich bin immer so lang live, wie ich Bock hab. 189. Und es ist... Och Gottchen. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt kommt Froni noch? Was ist denn heute mit den Rehen los? Hier sind alle süßen Rehe schon gewesen. Jetzt bräuchten wir noch die Rehböcke. Und dann hätten wir eine wunderschöne Waldinsel. Aber ich will keine Waldinsel. Ich will eine Sumpfinsel. Die Froni, ja. Die Froni war das. Ich glaub, da passen 500 Bälle da rein, ja. Die ist ziemlich groß, die Tasse. Und jetzt kann ich euch mal von innen zeigen. Wartet. Da ist jetzt ein Teebeutel drin, Leute. Aber jetzt ist sie leer. Die hat da unten auch so ein Ährchen. Ja, das ist voll süß. Das ist echt eine tolle Tasse. Das war 190. Wie ich sehe, gehen dir die Frösche immer noch nicht aus dem Kopf. Ich brauche keinen Tee, danke. Na, du hast dir die ganze das Gloriener. Sehr gut. Na. Nein. Genau. Danke. Ich wünsche, man könnte von Meileninsel zu Meileninsel fliegen, ohne immer zurück zu müssen. Ja. Ja, definitiv. Das wäre toll. Es schmerzt. Es schmerzt. Ich weiß nicht, warum das nicht so ist. Aber es sollte definitiv so sein. Prost, Alena. Lass es dir schmecken. Heute schreibt ja gefühlt die halbe Community, dass sie krank oder kaputt ist. Was ist denn los? Heute ist kein guter Tag. Bei mir ist es dasselbe. Es ist auch nicht mein Tag. Und ich fühle mich auch so, als würde ich morgen wahrscheinlich flach liegen. Aber ich hoffe, wir dodgen das. So, wen haben wir hier? Ein Frosch? Nein, ja, vielleicht. Nein, es ist wieder ein Stier. Es ist diesmal der Feuerstier, der spanische spanische ähm Stier. Keine Ahnung. Aber das ist jetzt 190, Leute. Oder? Ja. Die 190. Magnus. Los, Frosch, Frosch, Frosch. Ja, ihr müsstet eigentlich mal alle Frosch-Emojis spammen. Dann wird's was. Also, ihr müsst alle eigentlich den vollkommenen Chat mit Frosch-Emojis fluten. Nee, Angus sieht anders aus, glaube ich. Und dann kommt ein Frosch. Wurde mir mal gesagt. Oh ja. Also TikTok macht's schon richtig. Twitch hinkt noch ein bisschen. Ja, jetzt wird Twitch auch schon langsam. Twitch hat einen längeren Delay als TikTok. Oh ja, so ist richtig. Okay. Probieren wir das. Jetzt sollte ein Frosch kommen. Beide Chats sind voller Froschköpfe. Das sieht gut aus. Mhm. Ja. Schön. Ihr macht das toll. Okay. Jetzt muss doch ein Frosch kommen. Frosch, 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 Frosch. Ticket 191 ist das jetzt. Also wenn jetzt nicht zumindest was Grünes kommt, dann verzweifle ich. Frosch, 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 Frosch. Oh Mann. Wie kann da jetzt eine pinke Maus stehen? Flosch? das waren deine pinken Blumen. Spaß. Oh Mann. Aber zumindest mal ein kleiner Bewohner. Oh, ich weiß auch nicht, was wir noch machen sollen. Hat auch große Ohren. Aber Frösche haben doch keine Ohren. Die haben doch nur Löcher. Habe ich gerade auch geteilt? Nee, Flowers an dir hat es nicht gelegen. Nee. Ach Gott. Hier durchhalten sie. Wir sind beide. Okay. Ja, ihr unterstützt mich. Ihr seid toll, Leute. Vielleicht kein Froschanzug. Soll ich mal was anderes anziehen? Ich könnte. Ich könnte wirklich mal was anderes anziehen. Vielleicht wird es dann. Okay, ich gehe mal kurz raus und wir gucken, ob wir ein anderes Outfit wählen. Ich glaube, die Schneiderei müsste eh noch offen haben. Dann geben wir da mal ein bisschen Geld aus. Habe ich eh noch nie. Ich glaube, ich habe in der Schneiderei noch nicht viel gekauft. Oder wartet mal, ihr habt mir doch auch schon andere Outfits gebracht. Am besten noch die Leiter liegen lassen. Könnte ich machen, ja. So. Vielleicht die Einhornhose. Die ist richtig süß. Und das hier. Und dann nehmen wir das Sportband. Ja, das ist eigentlich perfekt. So, mal was ganz was anderes mal. So. Das ist ein ziemlich süßes Outfit. Das ist ein quietsch süßes Outfit. Oh ja. Okay. Die Flügel. Wuppere na Dählchen. Hi. Und Marlin, danke dir für dein Follow. Herzlich willkommen. So. Wir könnten auch hier eine Zauberlingskapuze nehmen. So. Die Schuhe. Und eine Tasche habe ich leider nicht. Aber ist nicht schlimm. Die Schuhe passen jetzt nicht so. Warte, ich gehe mal kurz in die Schneiderei. Wenn wir es schon machen, machen wir es richtig. Die Perücke mit der Schleife ist auch sehr süß. Ja, die ist sehr süß. Die habe ich auch sehr gerne auf. Aber die habe ich oft auf. Deswegen. Oh, da ist eine neue Perücke. Die kenne ich auch gar nicht. Ja, die Schuhe passen perfekt, die sie gerade in Angebot haben. Oh ja. Ich sehe die gerade. Die müssen wir holen. Ich hoffe, die sind nicht zu teuer. Ich habe gerade nicht so viel Kohle dabei. Oh, das geht sich gerade so aus. Die? Die sind so perfekt. Oder ein Lila? Das ist immer zu krass. Ne, die passen schon am besten. Ja, ja, ja. Taschen haben die ja leider nicht. Ey, die sind verrückt. schmalz, 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 tollen Perücke. Schmalz, tollen Perücke. Schmalz, tollen Perücke. Hä? Und ein Kiwi-Hut. Wow. Na eh, aber ist das nicht eine schmalzlocken Perücke? Warum schmalz, tollen? Das ist doch kein Wort. Nein, nein, ich wollte die Schuhe kaufen. Tina! Tina, ich wollte die Schuhe. Socken? Ah, ich brauche keine Socken. Oder gibt es günstige, die ich mir leisten kann? Ja, okay, dann nehmen wir die weißen. Möchtest du sie tragen? Ja. So. Schmalzlocke. Ja, ich kenne Schmalztolle nicht. Was ist eine Schmalztolle? Oh, ich hätte mich auch so Hühnchen verkleiden können. Das wäre auch süß gewesen. Okay, Hühnchen haben wir auch noch als Option, falls das nicht funktioniert. Aber ich sehe jetzt richtig sportlich aus. Sieht toll aus. Für die Bewohnersuche perfekt. So, jetzt müssen wir hier noch die Leiter und die Flügel ablegen. Die Flügel bleiben auch zu Hause. Ablegen. Wegpacken. Ablegen. So. Okay, Leute. Das hätte ich mal ein tolles Outfit für eine Bewohnersuche. Das sieht so süß aus. Cuteness Overload. Wirklich. Geht's aber los. So. Bodo. Wir machen jetzt einen kleinen Motivationstanz, okay? Ah, ich glaube, ich habe noch keine Tänze, ne? Ne, wartet, ich lächle ihm mal so zu. Warum ist er so geschockt? Warum war er so geschockt vor meinem Grinsen? Uff. Die Reaktion habe ich jetzt nicht erwartet. Aber gut, vielleicht hat es geholfen. Aber wie willst du dann hochkommen ohne Leiter, wenn die oben auf dem Plateau sind? Angeblich soll das ja nicht sein. Wenn man keine Leiter hat, dann kommen diese Inseln nicht, wo die oben am Plateau sind. Wenn ja, dann muss mir Leonie diesen Frosch anderwertig besorgen. Aber ich vertraue jetzt mal kurz auf die Leonie, dass das nicht der Fall ist. Dass das nicht passiert. Also, der TikTok-Chat spammt noch immer Frösche, ne? Twitch hat einfach aufgehört. Aber da ist alles voller Frösche und es kommt immer mehr. Ja. Okay, Sterninsel. Und, ne, ist es schon wieder ein Löwe? Was ist denn heute los? Löwen und Rehe. Ja. Okay. 192 weiß auch nicht. Ihr seid so süß, Leute. mit euren Frosch-Emojis. 193? Ich hoffe es, Nelly. Ich hoffe es. Styrian, ich suche die zwei, die neben mir sitzen. Wazi oder Tano. Ah ja, Katzen waren auch voll viel schon da. Stimmt. Hab heute Geburtstag und einen Frosch-Kuschel dir bekommen. Passt ja. Oh, Happy Birthday, Blaues. Alles Gute zum Geburtstag. Das ist ja süß. Da kommt schon, das muss doch möglich sein. Es muss doch möglich sein. Also es kann nicht sein, dass ich gar keine Frösche kriege. Es gibt noch so viele. Aber die Frösche generell sind ja ultra selten. Das ist so schlimm. Ich war heute auch auf Bewohner-Suche und die erste Insel hatte den schon. Boah, Hanna, wie cool. Und jetzt Froschis, ja. Ich hab extra mein Outfit geändert. Das ist ein Huhn. Das ist dieses doofe Mittelalter-Huhn, oder? Nee, das ist ein Adler. Never mind. Kein Huhn. Ein Adler. Aber der falsche. Falsches Tier. Richtige Farbe. Grün wäre es ja schon. Zumindest für Tano. Aber falsches Tier. Lichi, danke dir für dein Follow. Herzlich willkommen. Ich denke 197. Hm. Das wäre auch noch schön. Ich hätte einen Rechten über. Ja, ja, ich weiß, sehr viele haben den für mich. Aber ich will den eigentlich finden. Die Marke ist schon 200. Sie rückt näher, Ladies and Gentlemen. Praise for Impact. Ey, bitte. Ich glaube, dass wir heute bei 250 aussteigen werden. Ich hab's wirklich im Gefühl. Ich hab letztens Tano gefunden bei der Bewohnersuche. Jenny, guck, du hast ihn auch gefunden. Letztes Mal war hier jemand im Chat, der hat behauptet, nee, behauptet nicht. Aber mal gelesen, mal gelesen, dass Tano gar nicht findbar ist. Aber, ne, guckt, wenn man den sucht und nicht findet, dann entstehen solche Artikel und solche falschen Informationen, dass Tano unerfindbar ist. Aber es stimmt nicht. Wir finden den. Wir finden den. Moni, Prost. Prost, Prost, Prost. Ich find auch grad die Stimmung sehr cool. So ein bisschen Dämmerung. Vielleicht muss ich Udo auch zuzwinkern. Welche Insel haben wir gerade? Oh, es ist 194. Und es ist? Nee, oder? Ich bin doch zurückgeflogen. Das ist auch eine andere Insel. Das ist auch eine andere Insel. Wie hoch ist diese blöde Wahrscheinlichkeit, dass ich zweimal denselben Bewohner hintereinander bekomme auf anderen Inseln? Meine Nerven. Meine Nerven. Normalerweise ist es hier cozy, aber heute heute nicht. Wie ist das überhaupt möglich? Diese Bewohnersuche ist verflucht. Kann mal jemand Chatschipiti fragen, ob das überhaupt möglich ist? Wie hoch diese blöde Wahrscheinlichkeit ist, dass das passiert? Das gibt's doch nicht. So. Ja, das ist Enttäuschung, Bodo. Ja. Fabian Löchen. warnt sie da, du kommt jetzt endlich raus aus eurem Versteck. Genau so, Bibi, genau so. Vielleicht sind wir auch zur falschen Saison unterwegs. Die kommt noch immer im April raus, die Frösche. April, nee, April, Mai, Mai, sowas, Mai. Im Mai kommt ihr mal raus. Ich stretsche mich. So, ich zwink ja jetzt mal Udo zu, okay? Asina, Hallöchen, auch an dich. Hi. Und du, du lieber Hallöchen. So. Er reagiert gar nicht. der ist das schon gewöhnt von seinen Ladies. Aha, er zwinkert zurück, okay. Noch ein Harry Potter Charakter. Toro. Toro, der Gryffindor. Was denn heute mit den Stieren, mit den Löwen, mit den Rehen und mit den Katzen los? Warum immer dieselben? Und die Adler, Leute, und die Adler. Chat ChibiTi sagt, die Chance liegt bei 0,00058%. Es ist definitiv höher, einen von den anderen zwei zu finden. 165 war das. Das heißt, jetzt kommen schon 166. Ah, 96, sorry. 196 meine ich, natürlich. Danke an ChibiTi fürs Ausrechnen von den Wahrscheinlichkeiten. 1 zu 170. 569, das ist so insane. Das ist gar nichts. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen, oder? Nee, ist es wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen? Frag mal Chat ChibiTi, ob es wahrscheinlicher, nee, es ist nicht wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Aber vom Blitz getroffen zu werden, ist wahrscheinlicher. Oder? Ich weiß es doch auch nicht. 1 zu 1 Million heißt es doch immer. Beim Lotto oder beim Blitz? Dieses Emote beschreibt es ziemlich gut. So, ist ein Pferd. Welches Pferd? Nee, es ist ein Hippo. Fast dasselbe. Fast dasselbe, Leute. Oh. Ich habe schon Pferde gesehen, die sahen einem Hippo ähnlicher als einem Pferd. So. Ist natürlich nicht gesund. Schau, kurze Doku zu Ende und dann bin ich mal gespannt, ob wir es bis dort hier jemanden haben. Och, Philipp, ich hoffe es. Ich hoffe es für alle hier und für meine Nerven. Und es gleich Adler, Pferd ist im Buch. Ist doch alles dasselbe. Ei, ei. Ihr versteht das nicht. Was ist Frosch? Abends doch keine Ahnung. Chat CPT, über die gesamten Lebensdauer einmal vom Blitz getroffen zu werden, liegt bei etwa 1 zu 15.000. Das ist sehr viel wahrscheinlicher als das, was wir gerade hatten. Aber das ist das, nee. Nicht jeder 15.000. Mensch wird vom Blitz getroffen, das glaube ich nicht. Das wäre zu viel. Das wäre viel zu viel. Die armen Leute, die ständig vom Blitz getroffen werden. Nee, Chat CPT hat da falsche Infos. Nee, News, Fake News. Sau 197. Ist ein Frosch, aber der falsche. Aber es ist ein Frosch. Hat nicht heute jemand schon Janett geschrieben? Oh Gott, was ist los mit Janett? Ich meine, das Kleid passt zu ihrem Lippenstift, aber wohl Frösche können große Lippen haben. Sind Frösche, immerhin. Sind Frösche. Zu viel Putzugs, das kann halt auch sein. Ich kann nicht auf die Karte zugreifen. Ich wollte mal meine Bewohner angucken, aber wir nehmen sie nicht mit. Wir haben gesagt, wir wollen nur die zwei und das haben wir uns selber so eingebaut. Lippenstift, Blindness. Ich glaube, es ist eher Botox Blindness. Und Leute, wir lassen sie stehen. Warum antwortet die nicht auf die TikTok Kommentare? Hallo, ich habe einen Namen und das tue ich. Ich antworte auf TikTok Kommentare. Aber da ich zwei Chats zu lesen habe, kann ich nicht auf alles Einzelne und jeden Pups reagieren. So, wir lassen sie da, Leute. Sie ist, sie passt auch nicht auf eine Sumpfinsel. Ich glaube, sie hätte Probleme, dort zu leben. Ne. Geht's? 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 Schrei mit Pups. Schicki, wickifrosch, passt auch nicht auf die Sumpfinsel. Das stimmt, das passt nicht. Auch wenn sie grün wäre. Mahlzeit, Nelly, lass es dir schmecken. Ja, 198, Leute, das ist die 198. Es nimmt hier Ausmaß an. Ich hab noch nie so eine Bewohner Suche gemacht, noch nie. Alexandra, danke dir für dein Teamherz, danke dir. Bei mir kommen immer so viele Kühe und Stiere ist ein Fluch. Aber jetzt haben wir zumindest mal einen Frosch. Das ist ja schon mal gut. Das gibt mir neue Hoffnung, definitiv. Hallo Leonie. Die Frosche sind so passen perfekt auf deine Insel. Das finde ich auch. Finde ich auch. Vor allem die zwei sind einfach für eine Sumpfinsel gemacht. Die muss man da haben. 198. Korrekt? Ja, korrekt. Und es ist ein... Ey, die hatten wir doch auch schon. Diese gruselige Kuh. Diese gruselige Kuh. Was ist denn heute mit den Make-Up Tieren los? Man könnte mal so eine Beauty Insel machen. Man könnte so eine Beauty and Nerd Insel machen. Gott. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Diese Idee verwerfen wir sofort wieder. Aber da wären Jeanette und diese Kuh auf jeden Fall die Beauties. Ich suche immer noch Frösche Leonie. 199. Wir geben jetzt Ticket 199 aus. Das würde so viral gehen. Das glaube ich nicht. Das ist ja ganz schlimm. Das wird sich da wird jeder weg cringe. Obwohl es ist ja im tatsächlichen Fernsehen auch so dass jeder das einfach nur cringe ist. Jetzt kommen los jetzt kommt eine 199 ist die Zahl. Jetzt kommt ein Frosch. Jetzt kommt ein Frosch sagen sie. Ob sie recht behalten werden, werden wir sie gleich sehen. werden werden wir sie lernen. Leute, meine Nerven sind durch, okay? Ja, Gunnar wäre definitiv ein Nerd, oder? 199? Aua, Dominic. Bei Ticket 200 mache ich die Flaschenpost auf und hoffe, dass da wenigstens mal einer geschrieben hat. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich will, dass einer von den zwei geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob ich das will. Brauche Bewohner für eine Waldinsel. Wir hatten heute schon so viele Rehe-M. Leute, es ist soweit. Ticket 200. Seid ihr bereit? Das ist Ticket 200. Seid ihr bereit? Ich bin nicht bereit. Kangaroo Safe. Nein! Ich glaube, es ist ein Hippo. Ich glaube, es ist ein Hippo. Es wird ein Hippo sein. Wünschenswert wäre was Süßes, aber es wird ein hässliches Hippo sein. Oh, bitte kein Gorilla. Es wäre noch schlimmer. Ui. Ui. Uiuiuiui. So, Udo. Wo hast du mich hier hingeflogen? Wo hast du mich hier hingebracht? Wo sind wir hier? Oh, okay, es ist jemand Süßes. Hallo, Vivian. Ja, sie ist schon sehr cute. Das wäre auch ein perfekter Waldbewohner für dich. Vivian kann ich dir empfehlen. Sehr süß. Aber leider kein Frosch. Und leider nicht Wazi und leider nicht Tano. Traurig. Die ist echt hübsch, ja. Die ist ein wirkliches Hübschi. So, wir machen die Flaschenpost auf. Hasso, das ist ein Hund. Dann Benni. Keine Ahnung, was das ist. Stella. ein Schaf, glaube ich. Pepe, ein grüner Koala-Bär. Luzi, ein Schwein. Oder? Weiß ich nicht. Inga, keine Ahnung, was das ist. Hennes, eine Ziege. Also Ziegenbock. Anna. Weiß ich nicht. Nico. Weiß ich auch nicht. Daniel, ein Affe. Charlie, keine Ahnung. Pia, 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 ist, glaube ich, ein F... Ist Pia ein Frosch? Nico ist der Aluhase. Pia ist ein Vogel, okay. Ah, stimmt. Judith. Weiß ich nicht. Und Olga. Olga ist ein Schwein. Oder? Ich würde ein Schwein Olga tauchen. Aber wahrscheinlich ist es eine Kuh. Eine Kuh könnte ich auch Olga nennen. Okay, Wazie und Tano waren da nicht dabei. Ich glaube, ich bin froh darüber. Nicht wie letztes Mal. Henni, danke für dein Follow und JV, JV, Luf, danke auch für dein Follow. Sag nett, die sucht immer noch. Sag nett, sie sucht immer noch. Ja, ich suche immer noch, Emi. Hallo Steffi, danke für dein Follow, für dein TikTok-Follow, vielen Dank. Und Mona, danke für dein Demerz. Ich suche immer noch Leute und es tut weh, weil wir sind gerade bei Ticket 201. Olga musste ein Schwein sein. Olga ist ein Elefant. Oh. Blau-grüner Elefant. Oh. Aber Olga, das Schwein war schon süß. Michi, danke dir für dein Follow. Herzlich willkommen. Viel Erfolg trotzdem. Danke dir, Emi. Wie stehen denn die Chancen, die Frösche zu finden? Gibt es da so einen Durchschnitt? Ja, wir sollten eigentlich schon über 50% Wahrscheinlichkeit haben, aber generell hat man immer wieder dieselbe Wahrscheinlichkeit. 1 zu 400, beziehungsweise wir haben ja zwei Auswahl, also haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit. 1 zu 250 circa ist die Wahrscheinlichkeit. Oh, danke Mona für die Juwelenpistole. Vielen, vielen Dank. Also wir sollten den eigentlich bald finden. Und nee, das ist wieder ein Adler. Hatten wir leider auch schon sehr viele heute. Wenn du und Dr. Dono ein Animal Crossing-Bewohner wärt, welchen Charakter hättet ihr? Große Schwester, Schlafmütze und so weiter? Jetzt ausgedacht oder wie unsere wirklich sind? Also wir haben ja beide, unsere Namen sind beide in Animal Crossing vertreten, Daniel und Kerstin. Daniel ist ein Affe und Kerstin ist ein Känguru. Aber ich wäre wahrscheinlich eine Schlafmütze. Nee, wartet mal. Was ist denn? Ich kann keine Schlafmütze sein, das sind nur männliche Charaktere, glaube ich. Aber ist ja egal eigentlich, oder? Ist ja egal. Doch, ich wäre wahrscheinlich eine Schlafmütze. Und Daniel wäre eine große Schwester. Darf ich Bodo sein? Du darfst Bodo sein. Ja, der arbeitet rund um die Uhr, das passt. Stimmt, euch gibt's was, Bewohner, ja. Sabsi, danke für die Rose und Alexandra, danke für den Schmetterling. Danke euch. Das ist die Geldsteininsel, ja, voll, aber ich habe genug Geld, ich brauche die nicht. Also Chat-TBT hat uns tatsächlich eine Wahrscheinlichkeit rausgerechnet und Chat-TBT sagt, wir hätten ihn eigentlich schon finden sollen. Löwe. Löwe. Was ist denn mit den Löwen los? Was ist denn das? Wie viele Löwen hatten wir heute schon? Fünf oder so, mindestens. Wären das alles Frösche gewesen? Stellt euch mal vor. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das? Das gibt's doch nicht. Ja, ja, Dana Weiler, ich bin da auf der Suche nach den Zweien. Tano oder Wazi? Das hast du richtig erkannt. Anna Kose, danke dir für dein Prime-Sub, danke für deine zwei Monate. Dankeschön. Herzlich willkommen, wie geht's dir? Ticket 100, 200, 200, 2, nicht mehr 100. Komm, on, Froschis, ja, jetzt wirklich, aber hätte die Geduld gar nicht dafür lang, nach Bewohnern zu suchen. Es ist ja nicht das Einzige, was ich mache zum Glück. Aber an einem Stück könnte ich das auch nicht. Und schon langsam, ihr merkt es schon, schon langsam werde ich, werde ich, werde ich ein bisschen grumpy, so wie Wazi. Also schon langsam will ich wirklich einen finden. Ist das 202? Ne, es ist leider schon 203, Leute, sorry, ich hab vergessen, weiter zu drücken. Es ist verflucht heute. Stiere und Löwen. Stiere und Löwe. Stiere und Löwe. Es kommt immer dasselbe. Es tut weh. Erfolg gehabt? Philipp, wie sieht's aus? Wie sieht mein Gesicht aus? Denkst du, ich hab Erfolg gehabt? Ich glaub, ich ess gleich mal einen Lebkuchen zur Beruhigung. So, Euphi ist auch da. Euphi ist da und supportet mich hier heute. So, Euphi, so. Euphi supportet mich jetzt. Euphi ist Unterstützung. So, 204. Emotional support Euphi ist da. Was machst du da? Eine Bewohnersuche. Ich suche die zwei Frösche, die ihr auf dem Bild seht. Und ich hab kein Glück. Ah, Euphi fällt. Euphi, bleib sitzen, bitte. Du musst mir helfen jetzt hier. Vielleicht kann ich dich hier hinsetzen? So. Kann ich so mal? Geht das? Ja, lehn dich bei mir an, das ist okay. Hauptsache, du bist da. Ich red schon mit Euphi. Emotional support braucht jeder im Leben. Bei wie vielen Tickets bist du denn? Guck mal, es gibt einen Counter im Bild. Dann weißt du es. Das ist nicht der. Alles gut, Nexus. Alles gut. Zu viele sind es, ja. Zu viele. Was ist deine Inselfrucht? Ich weiß es nicht. Ich mache ja Gestaltungsinseln, deswegen keine Ahnung, Trolley, leider. Ich glaube, dass es auf Dodo Reef Birnen sind. Aber auf Dodo Moor weiß ich es leider nicht. Ich glaube, Äpfel. Ich glaube, Äpfel. Ah, Apfel, ja. Melo weiß auch. Okay, Apfel. Ich kam aus Österreich. Wie viele Inseln hast du insgesamt? 205. Achso. Inseln gestaltet, ich glaube, 12. Sind es 12 oder 11? 11 oder 12. Irgendwie 11 oder 12. 1 von 2. SE. Oh Gott, die hatten wir auch schon heute. Ja? Siehst du mein Gesicht? Genauso fühle ich mich. Das drückt es halt wirklich aus, ne? Dieses, dieses Gefühl. Stell dir mal vor, du hättest 205 Inseln gestaltet. das sind viele. Schicker Hut, danke, Jasmin. Haben auch nicht viele einen durchsichtigen Hut. So. Nächste Insel. Ich wünsche mir, okay, ich fange jetzt mit Wünschen an. Ich wünsche mir, ich wünsche mir einen Hund, weil wir hatten heute noch gar keinen Hund. Und ich darf mir keinen Frosch wünschen, weil dann kommt kein Frosch. Also das geht nicht. Also wünsche ich mir einen Hund. Bitte. Bodo. Einen Hund. Das würde ich mir wünschen. Alina, danke dir für dein Follow. Herzlich Willkommen. Hallöchen. Löscht du die dann danach oder hast du da Spiel, hast du das Spiel auf verschiedenen Konsolen? Ich habe drei verschiedene Konsolen, aber ja, die Gestaltungsinseln werden immer gelöscht. Ich habe eine Community Insel, Dodo Reef, die lösche ich nie. Die existiert seit 2021. Und dann habe ich zwei Inseln, also zwei Switches, eine für Gestaltungsinseln und eine für Challengeinseln. Oh. Oh, die traurige Ente. Daune. Ach Daune, du bist eine Süße. Hätte ich noch Platz für dich, würde ich dich mitnehmen. Aber ich habe keinen Platz für dich. Das tut mir leid. Daune ist ein Cutie. Sassi, danke dir für dein Follow. Herzlich Willkommen. Ja, ein Ente. Das ist doch mal eine Freude, oder? Das freut mich. Vor allem stand sie da auch schon an der gleichen Stelle. Ja, manchmal ist es echt verflucht, dass die so oft doppelt kommen. Also, ihr habt es ja gerade eben schon gesehen. Dieser Adler, also wirklich hintereinander, hintereinander, zweimal. Das ist schon krass. Dorf Kittlicki, danke dir für dein Follow. Herzlich Willkommen. Hi Leute. Annalena, danke für dein Follow. Herzlich Willkommen. Schön, schön, dass ihr da seid. Wie geht es euch denn so? Ich habe mich verdrückt. Ente ist was Tolles, aber kein Froschi. Ja, das ist, das ist true. Pettis, danke dir für deine Stream Serie. Und Nele und Jasmin, danke für eure Follow. Herzlich Willkommen. So, mein Ticket. Ja, mein Ticket. Ticket 207. Ich verabschiede mich für heute, halt noch ein schönes Stream und viel Glück, dass du Tano und was sie noch findest. Danke dir, Angie. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe es ja, dass wir die noch finden. Kannst du dich an deine allerersten Bewohner erinnern auf der ersten Insel, die du je hattest? Animal Crossing Wild World. Ich weiß, es war Bienchen. Deswegen ist sie bis heute mein allerliebster Bewohner überhaupt. Und ich glaube, es war Bill damals. Aber ich bin mir nicht sicher, wer der zweite war. Und da kommt Bienchens Schwester. Ich habe mir einen Hund gewünscht, oder? Ne, oh, das ist nicht Bienchens Schwester. Ja, da gibt es zwei, die ganz ähnlich von hinten aussehen, aber das ist nicht Bienchens Schwester. Uiuiui. Ich dachte, es wäre dieser eine mit den lilanen Ohren. Aber nee, war sie nicht. Ups. In the Horizons kann ich mich leider nicht erinnern. Nein. Leider, leider, nein. Schnabeltiere in Animal Crossing als NPC. Schnabeltiere. Ne, es gab nur die, die Peggy und Pelly und diesen einen Postboten. Aber das waren halt Pelikane. Keine Schnabeltiere. Schnabeltiere wüsste ich nicht. Samselt ist ein Axolotl, sind wir letztens draufgekommen. Das Spiel ärgert mich. Ich suche Martin und habe jetzt schon drei andere Hirsche gefunden, außer ihn. Ja, uns geht es auch so. Wir haben jetzt auch schon drei andere Frösche insgesamt gefunden bei der 208 Bewohnersuche. Ich glaube, drei Frösche waren es bis jetzt. Ja, es war Sunny, Shanett und Paul, glaube ich. Habe ich es noch richtig? Ja. Oh, ein Schwein hatten wir auch nicht. Schwein hatten wir auch noch gar nicht heute. Es gibt noch Pelikane, Schildkröten, Kamele, Lamas, Fuchs, Stinktier, Yaguar, Esmeralda. Ist Esmeralda ein Yaguar? Könnte sein. Ein Faultier. Warte mal, was ist das ein Schubbärd? Schubbärter Fuchs? Oder Schubbärter Stinktier? Was ist ein Schubbärd? Aber sind es Lamas? Ich glaube, es sind Alpakas. Schubbärter Stinktier. Okay, Schubbärter Stinktier. Aber es sind Alpakas, glaube ich, oder? Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ja. Esmeralda ist ein Panther, hätte ich gesagt. Und was ist... Ach, Fuchs ist doch Rainer. Fuchs ist Rainer. Rainer ist ein Fuchs. Was ist... Boah. Es gibt einen Otter. Aber ich weiß nicht mal, wie er heißt. Er war früher in Waldwelt Versicherungsvertreter. Ja, es gab Versicherungen für Bienenstiche. Das war ein Otter. Oder? Ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Mir fällt der Name nicht ein. Der war Versicherungsvertreter. Man konnte Versicherungen bei dem abschließen, dass man dann Geld bekommen hat, wenn man von Bienen... Also von Wespen gestochen wird oder von Resetti. Glaube ich auch. Beleidigt worden ist. Mäuschen. Otto? Hieß der Otto? Hieß der Otter Otto? Wow. Updated Nintendo Animal Crossing eigentlich noch? Nein. Updated nichts mehr. Hab mir mal einen Brief in die Zukunft geschrieben. Das war cool. Voll, da konnte man Briefe in die Zukunft schreiben. Oh mein Gott, Jasmin. Ja. Man konnte da wählen. Also man konnte dann einen Brief schreiben in Wild World und den dann so in... Oh mein Gott, das war toll. Ich weiß nicht, welche Abstände? Wochen, Monate? Ich glaube, es ging sogar ein Jahr oder so. Dann bekommt man da diesen Brief. Das war toll. Das ist auch so ein kleines Detail, das einfach rausgestrichen worden ist. Das gibt es nicht mehr. Kannst du hier auch? Kann man immer? Echt? Okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Aber früher war das mehr Scham. Aber... Nee, aber cool, dass es noch immer geht. Ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht. Na, Euphi? Euphi mag nicht mehr hier sitzen. Ja, Euphi. Euphi, du kommst hier runter. Miko, Hallöchen. Ja, aber früher hatte man bei Pelly und Peggy das machen können. Das war schon besser. Okay, 210, Leute. Noch eine Ente. Aber mittlerweile Enten, Frösche, wir gehen ja schon in die richtige Richtung. Nicht mehr so viele von den anderen größten Tieren. Und ist der Käpt'n, der mit einem die Bootsfahrt macht, nicht ein japanischer Fantasiettier? Ja, ein Kappa ist das. Ein Kappa. Okay, welche... Es gibt noch eine Taube. Ich glaube, das wurde vorhin nicht erwähnt. Taube. Taube, Taube. Eulen. Lodos. Carlsen ist ein Chamäleon. Und der andere Typ, der Angler, ist ein... Ist das auch ein Otter? Ja. Ja. Wie heißt denn der Angler nochmal? Ein Biber? Ah, der Truthahn. Und der Pfau. Oh, jetzt... Jetzt ist es aber... Lumeus ist, denke ich... Lumeus, genau. Lumeus ist ein Biber. Okay. Oh, das ist elf. Jetzt wird es schon dunkel, Leute. Hatten wir heute auch schon. Grazia... Grazia war brutal. Grazia war brutal. Also, die vermisse ich tatsächlich nicht. Es stinkt hier. Ja, genau. Da weiß ich, es stinkt hier. Und der Otter schwimmt auch im Meer herum. Genau. Es gibt noch einen Otter. Der schwimmt im Meer. Aber früher gab es einen Otter auch als... Versicherungsvertreter. Das war ein anderer Otter. Ein Walross? Äpfchen? Ach so, ja, die neuen von dem DLC, stimmt. Die gibt es ja auch noch. Die Taube heißt Kofi, Julia. Die Taube heißt Kofi. Unsere Barista-Taube. Meinst Fred? Das war ein Fredchen. Fred war der Versicherungsvertreter. Stimmt. Das war Fred. Ich möchte jetzt keinen Brief schreiben, Moni. Ja, beim Zug, das kenne ich leider nicht. Ich habe nur Wild World und jetzt New Horizons gespielt. Ah, es gab die Hunde. Es gab die Hunde. Wuff und noch irgendwen. Ja. Die haben bei Wild World das Stadttor bewacht. Hallo. Ciao. Ciao. Dann haben wir noch einen Kürbismensch. Einen Kürbismensch haben wir auch noch. Was steckt hinter ihm eigentlich? Hinter Jakob? Weiß man auch nicht, ne? Der hat nur seinen Kürbismenschädel. Es gibt noch ein Osterhaar im Kostüm. Also wenn man das so betrachtet, ist Jakob ja der einzige nicht-tierische Okay, ja, Buhu der Geist, ja, den gibt es auch noch, aber so von den Lebenden. Ne, der Eichelmann. Turtle, wenn er, wenn er, wenn er Herbst feiert. Das ist ja der Eichelmann. Der kommt Jakob gefährlich nah. Die Möwen war am Strand. Das ist doch keine Möwe. Resetti ist ein Maulwurf. Ey, es gibt so viele Tiere in Network Crossing. Der Pfau, genau, Fasching. Pavo, den gibt es auch noch. Wir sind einfach bei Insel 213. Ich, jetzt kommen die Wölfe wieder. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sage. Gulliver ist eine Möwe? Ist Gulliver eine Möwe? Wartet mal, ich muss mir Gulliver mal kurz angucken. Ich habe ihn gerade nicht im Kopf. Nee. Doch, Gulliver ist eine Möwe. Doch, Gulliver ist eine Möwe. Gulliver ist eine Möwe. Ja, haben wir uns geeinigt. Leider kein Pelikan. Pelikan waren Pelli und Peggy und wie hieß denn der andere noch? Da gab es noch einen anderen. Den, den ich immer mit der, mit der Schleuder abgeschossen habe. Boah, es ist so brutal gewesen früher. Ich meine, früher war es auch schon ein Cozy Game, aber man hat definitiv mehr machen können. Peter, genau, Peter. Serenata ist ein Tapir. Es gibt schon coole, coole Tiere und ich finde es auch echt cool, dass sie Dodos mit reingenommen haben. also das hätte ich ja niemals gedacht. Übrigens ist mein Name nicht von Animal Crossing abgeleitet. Ich weiß, das sagen immer richtig viele, aber, oh, Yoshino. Aber nein, ich habe meinen Alias vor Animal Crossing gewählt, bevor ich wusste, dass es Dodos gibt. Es ist Dodo Animal Crossing unabhängig entstanden. Ist auch Wahnsinn, welches Essen, Udo, bei jedem Flugauftisch. Ey, ich ignoriere das schon, weil da kriege ich wieder Hunger, wenn wir hier wieder über so leckeres Essen reden. Julia und Teresa, danke euch für eure TikTok-Follows. Vielen, vielen Dank. Und Nele, danke dir für deine Rose. Dankeschön. Alexandra, danke für deine zwei Marienkäfer. Melli, danke für deine Rose. Danke euch, Leute. So, das war 14, ne? Ja. Jetzt kommt 215. Das sind jetzt die letzten fünf Tickets, dann haben wir schon wieder 50 verflogen heute. Und die Waschbären können wir natürlich nicht vergessen. Das sind keine Waschbären. Das sind Tanookis. Ich habe mal von euch gelernt, dass das was anderes ist. Oder nicht? Oder ist es jetzt doch ein Beispiel? Oh, okay. Mal gucken, wer hier ist. Downer again. Alles klar. Nein. Falsch. Warum sind wir hierher zurückgekehrt? Ich dachte, du fliegst immer auf neue Inseln. Downer steht auf derselben Insel. Wie vorhin auch. Bonobo. Ja, der Bonobo. Ich glaube, so langsam die Frösche schlafen noch. Ah, schlafen schon. Ja, das kann auch sein. Tanooki, ich sage trotzdem Waschbären. Podina, Hallöchen. Ich kenne den Unterschied zwischen Tanooki und Waschbären. Ich auch nicht. Hier, japanischer Marderhund wurde in Europa aber zum Waschbär gemacht. Dann ist es ja irgendwo dasselbe, oder? Ich habe jetzt einen Poala. Oh, wie heißt der, Paula? Ist es Pepe? Oder Oskar? Oder Carolina? Es gibt viele Koalas. Ist es jetzt 215 oder 216? Ich glaube, 16. Der Tanooki-Mario ist der Beste im Mario Kart. Das ist der einzige Grund, warum mir Tanooki was sagt. Tanooki! Tanooki! Und wir haben niemanden. Nobody. Oh, ist das Daniel? Nee, Uta. Fast. Ich wollte sie kurz ansprechen. Aber ciao, Uta. Oh, ist deine Mütze gleichzeitig der Greenscreen? Es ist eine grüne Mütze. Es ist eine grüne Mütze, deswegen sagt der Greenscreen, jetzt ist es unsichtbar. Es ist eigentlich ein Froschhut, weil ich nach Fröschen suche. Bin fünfer geflogen, beim zweiten Mal war dieser grüne Frosch. Beim fünften habe ich einfach Linda gefunden. Herzlichen Glückwunsch, Marie. Es gibt dir keine Froschgeschenke. Mensch, sonst hätte ich nochmal Hoffnung gegeben. Ey, dann müssen wir das TikTok mal sagen. Nee, aber ich brauche dir keine Geschenke verteilen, damit ich Frösche finde. Alles gut. Michelle, danke dir für deinen Tofu. Danke. Es war 217. Eigentlich ist es ein Tarnhut. Das stimmt. Tarnhut für Tano. Wir wollen Tarn finden. Es ist ein Froschhut für Wazi und ein Tarnhut für Tano. Damit wir beide abgedeckt haben. Aber es hat bis jetzt gar nichts geholfen. Ich schreibe hier mal rein, die ich gerade suche. Vielleicht bringt das ja Glück. Ich bin das Animal Crossing Universum. Ich hätte gern Martin, Monika oder Verlene. Oh, ich hoffe, du findest sie. Was ist Carlotta für ein Tier? Was ist ein Carlotta für ein Tier? Ein Utter. Ein Utter. Ich habe nachgeguckt. So. Insel 217 ist ein Penguin. Ich werde echt schon müde, Leute. Diese Persona... Personasuche, ja. Die Bewohner-Suche, die schafft mich richtig. Tja, Höhe auf 230 die gibt's. Nein, Julia! Jun, danke für dein Follow. Jun, Dankeschön. Los, los, los! Los, los, los! Los, los! Also, tut mir echt leid, aber ich habe gerade Bilder von Waschbären und Tanookis da auf meinen vier Augen gesehen. Da kein Unterschied. meine vier Augen sehen, da kein Unterschied. Okay, dann ist es wohl dasselbe. Los, los! Tanowazi, Tanowazi, ich glaube ganz fest, ich glaube ganz fest dran. Ja, jetzt muss es sein. Bitte! Komm schon! Nein! Es ist schon wieder Froni, ey! Es sind doch nur zwölf Tickets, was machen die noch aus? Das stimmt auch wieder, Julia. Aber das denkt man sich halt dann immer. Jetzt sind es eh schon 218, was sollen da noch? 50. Gibt es so eine Taro oder Wazia Mibu, Leute? Ja, klar. Das wird auch wahrscheinlich in Einsatz kommen, wenn es so weitergeht. Definitiv, wenn es so weitergeht. Ich glaube, hätte ich Amiibo-Karten-Packs geöffnet, hätte ich die beiden schon eher gefunden. Jetzt mal ganz ehrlich, da ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich größer gewesen. Was, wenn dir die Tickets ausgehen? Oh, ich habe noch, ich habe wahrscheinlich noch, ich habe noch mal 300, glaube ich, oder 400 noch im Inventar. also, bevor mir die ausgehen, heule ich wirklich am Boden. Ist das 200, ne, 219, okay. 219 ist ein Stier wieder mal. Was soll es auch anderes sein? Ein Löwe hätte es auch noch sein können. Wahrscheinlich, wenn du irgendwann mal eine neue Insel machst, kommen die zwei als erstes. Ami, das hatten wir. Ich habe bei dieser Bewohner-Suche am Anfang nur Eichhörnchen bekommen und ich habe mal eine Eichhörnchen-Insel gemacht, wo ich immer Eichhörnchen gesucht habe und da hätte ich die alle gerne mal gefunden. Aber ne, die kamen nicht. Stroll, das ist ein Ticket, das ist ein Ticket habe ich jetzt noch. dann muss ich mir neue holen. Dann muss ich mir neue holen. Auch danke dir, Anna. Vielen, vielen Dank. Hatte dich letztes Mal schon auf meiner For You-Page, hast du noch keinen Frosch gefunden? Nein, ich habe noch keinen Frosch gefunden. Ich verzweifle schon. Also der Counter steht jetzt bei 220. 220. Ich kriege immer so ein Ohrbomb von diesem Lied, ne? Immer wieder. Da gab es doch Leute im Chat, die heute schon gesagt haben, 220 ist. Boah, ich bin heute schon richtig müde. Ich habe auch echt nicht gut geschlafen die Nacht. Da reden wir von Eichhörnchen. Da finde ich ein Eichhörnchen. Das habe ich aber noch nie gesehen. Natalia. Das habe ich noch nie getroffen. Cooles Eichhörnchen. Das sieht mal ganz anders aus als die anderen. Fehlt detaillierter. Von den Haaren, von dem Schwanz hinten. Sehr süß. Das ist ja wirklich süß. Also das sieht halt ein bisschen detaillierter aus, aber es ist süß. Es ist jetzt nicht so quitsch süß wie Felix, aber süß. Mag ich. Nehmen wir aber nicht mit. Nein, nein. So, jetzt muss ich mal kurz meine Enttäuschung hier zum Ausdruck bringen. Ab nach Hause. Oh, nichts immer trifft Vega. Ich finde aber Hörnchen und Eichhörnchen. Und, ähm, wie heißt sie? Mareike ist auch richtig süß. Ja, Felix, wie gesagt, ist eh einer meiner Lieblinge. Es gibt schon sehr, sehr süße. So. Huschke ist auch süß, ja. Also Vega ist wirklich auch niedlich, verstehe mich nicht falsch, aber es gibt so viele süß. Also die Eichhörnchen, wenn ich mir eine Gruppe aussuchen müsste, die am süßesten ist, von den Tieren, sind das die Eichhörnchen. Ich würde immer diese Gruppe wählen. Ach, wartet mal. Ich wollte vorher was anders machen. Weg packen. So. Bin da voll bei dir, Sessi. Ja. Okay, äh, ich wollte mal kurz gucken, wie viele Diaries ich eigentlich schon habe. Das müssten ja schon richtig viele sein. Die sind dann alle von Bewohner suchen. Und hier sind noch meine Tickets. Also, okay, es sind nicht ganz so viele, wie ich gesagt habe, obwohl. Ja, doch. 200, glaube ich, sind es. Aber, Leute, es tut mir leid, das euch mitzuteilen, aber ich bin richtig, richtig müde. Und ich würde jetzt gerne den Stream ausmachen. Ich weiß, ich habe jetzt noch nicht lange gestreamt, aber lieber aufhören und nicht einschlafen, als weitermachen und einschlafen. Na? Ich glaube, man merkt es mir auch an. Ich habe schlecht geschlafen. Es sind ja doch immerhin zweieinhalb Stunden gewesen. Ich verabschiede mich von meinen YouTube-Zuschauern. Bye-bye. Macht es gut, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal die zwei finden. Aber heute ist nicht der Tag. Tschüss.